Im heutigen Video wollen wir uns das Rocket Folio für das iPad 9 von Logitech näher anschauen. Das ist eine Schutztasche, die eine integrierte Tastatur hat für das iPad 9. Generation, das heißt mit 10,2 Zoll Display. Natürlich, weil die ja identisch sind mit der 8. und 7. Generation, passt das sozusagen alles zusammen. Also man könnte sagen, Rocket Folio ist für die 7., 8. und 9. Generation. Es ist ein verstärktes Gehäuse. Wir schauen uns erstmal das von außen an. Das heißt, ihr seht, wenn ich das hier auf den Tisch schlage oder so, alle Ecken sind so abgepuffert, dass da nirgends das iPad oder das Gehäuse des iPads zu Schaden kommt. Es ist wirklich alles extrem gut abgepuffert. Ihr seht schon hier, in diesem Bereich seht ihr, wie dick das auch ist. Also es ist wirklich ein halber Zentimeter teilweise. Und dementsprechend könnte das wirklich auch aus 1 Meter Höhe runterfallen. Das iPad würde sozusagen das abhalten. Es würde nichts kaputt gehen. Dieses Rocket Folio ist auch speziell für Schulen entwickelt worden. Also das ist im Apple Bildungsbereich, im Bildungspaket für Schulen wird das auch mit oft ausgeliefert. Und tatsächlich, dieses Gerät wird auch mit an Schule benutzt. Das ist also mein Dienstgerät. Und wir schauen uns das Ganze jetzt hier mal an. Erstens, es gibt einen Magnetverschluss. Das hören wir hier in diesem Magnetverschluss ist gleichzeitig ein Halter für ein Apple Pen. Oder hier, das ist ein Logitech Crayon. Das ist im Prinzip genau dasselbe. Der ist einfach nur ein bisschen länglicher, das Ganze. Und den kann man dann hier super verstauen und reinstecken. Und dann kann man das Ganze zumachen und dann mittragen oder ähnliches. Diese Hülle hat natürlich einen Hauptzweck. Nämlich, ihr seht hier sofort sozusagen, dass ihr eine Tastatur habt. Und ihr könntet dann damit Tastatur schreiben machen oder ähnliches. Und natürlich gibt es auch dann noch vieles mehr, was wir machen können. Das werden wir uns gleich anschauen. Das Aufklappen, merkt ihr, geht super einfach. Selbst hier in diesem Modus, ohne dass jetzt hier oben diese Klappe drüber ist, hält das. Das heißt, das Folio unterstützt mit das Aufwachen des iPads. Denn hier unten sind Magnete dran, hier oben sind Magnetschalter. Und automatisch, wenn ich das aufklappe, dann sieht man hier im Prinzip das Ganze. Jetzt geht es weiter. Ja, was ist zugänglich? Es ist zugänglich im oberen Bereich, lauter und leiser. Das sehen wir hier oben. Da ist auch sozusagen das bisschen angedeutet. Genau, da sieht man das. Da ist also die lauter und leiser Taste. Das kann ich benutzen. Der Home-Button ist hier in diesem Bereich. Und dann natürlich noch haben wir hier die Ladebuchse. und dann haben wir auf der Rückseite eine Öffnung für die Kamera und für das Mikrofon und für das Seitenmikrofon und den Klinkelkabel. Also es ist alles sozusagen ansteckend, bloß es liegt eben ein bisschen vertieft. Da muss man schauen, dass man da reinkommt. Ansonsten von der Funktion her kann man es hier aufklappen und das ist sozusagen der Ständer der ganzen Sache. Und dann kann man das hier so hinstellen und dann liegt das Ganze sozusagen oder steht das Ganze auf dem Tisch. Man hat vier Verwendungsmodis von der ganzen Sache. Das heißt also, wir haben erst mal den Modus tippen. Dann liegt das Ganze so. Hier vorne ist eigentlich ganz angenehm, dass es eine Handballenauflage hat. Und danach haben wir auch die Ansichtsmodus. Wenn ich jetzt ein Video oder ähnliches schaue, kann ich einfach die Tastatur zurückklappen. Dann sieht das im Prinzip so aus. Und dann kann ich das Ganze an den Ständer stellen und kann das jetzt anmachen und benutzen. Zu guter Letzt haben wir auch einen Zeichenmodus. Ich kann dieses hintere Teil noch flacher machen. Und dann kann ich super drauf zeichnen. Also da habe ich wirklich einen ganz flachen Winkel. Und zu guter Letzt kann ich natürlich auch da noch den Lesemodus benutzen. Und der Lesemodus wäre das hier, dass ich es sozusagen wie ein Buch nehmen kann. Was mir auffällt bei diesem ganzen Modi, dass die Tastatur hier immer oben liegt. Die ist besonders strapazierfähig. Also hier kann ich Wasser drauf schütten. Ich habe aber trotzdem mit der Zeit die Angst, dass ich dieser Aufdruck oder die Gravur abnutzen würde. Aber das ist eben jetzt hier herstellerbedingt. Also es ist jetzt wirklich so, dass die Tastatur öfters mal sozusagen unten liegt. Wenn man das zum Beispiel hier jetzt so hinstellen würde, dann sieht man hier, das ist jetzt die Tastatur. Die liegt jetzt unten. Das ist das Einzige, wo ich merke, hey, das ist blöd. Aber wenn man darauf achtet, kann man natürlich auch das Ganze dann so stellen. Und somit würde die Tastatur dann hier in der Luft schweben und oben sein geht auch. Jetzt gehen wir mal weiter von den Funktionen. Das hat eine extreme Vielfältigkeit, wie man das Ganze hinstellt. Man kann es runterschmeißen und es hält es ab. Und man könnte sogar jetzt auch hier Wasser drauf gießen. Und es würde einfach hier auf der Tastatur abwischenbar sein. Das ist echt cool. Stromversorgung der ganzen Tastatur erfolgt über das iPad selber. Das heißt, hier in diesem unteren Bereich in der Hülle gibt es drei Kontakte und dann versorgt sozusagen das iPad die Tastatur mit Strom. Ausblick. Die Tastatur gibt es auch noch in weiteren Varianten. Da hat man hier im unteren Bereich zum Beispiel ein Trackpad mit dabei oder man hätte sogar eine beleuchtete Tastatur. Aber das ist jetzt hier nicht der Fall. Könnte man sich aber mitkaufen. Aber da ist man nicht mehr bei 130 Euro, sondern bei deutlich mehr. Was noch interessant ist, finde ich persönlich, dass das Tippen wirklich recht angenehm ist. Also wenn ich jetzt hier meine Hände hinlege, kann ich super tippen. Hier gibt es auch zwei Erhöhungen. Also mein Zeigefinger können sofort das F und das J finden. Und die Tastatur gibt es auch in ganz unterschiedlichen Layouts. Ich habe jetzt natürlich hier ein deutsches Tastatur-Layout, in Quartz-Layout. Ansonsten gibt es das auch in anderen Sprachen oder für andere Länder. Zu guter Letzt muss man noch sagen, was mir besonders an dieser Tastatur gefällt, ist, dass es einen schönen Anschlag hat. Also es ist ein leises Tippen und ich tippe wirklich in die Tiefe. Und es ist nicht irgendwie nur ein Kunststoffteil, was ich nach unten drücke, sondern es ist, würde ich sagen, wirklich ein Mechanismus dahinter, weil der Tastaturanschlag ist wirklich sehr angenehm. Ich kann zehn Finger schreiben und ich kann das auch auf dieser Tastatur ohne Probleme machen. Was mir bei der Tastatur noch gefällt, und da zoomen wir mal ran, sind hier oben diese Tastenleiste. Bei dieser Tastenleiste gibt es Sonderfunktionen, die hier mitkommen, die ich besonders schön finde. Also erstmal habe ich eine Home-Taste, dass ich sofort auf dem Home-Display gehen kann. Also das heißt, ich kann hier nach Hause gehen und sofort kann ich auf dem Home-Display gehen. Ich kann die Bildschirmhelligkeit einstellen, sehr schnell. Ich kann die Umschalten zwischen realer und virtueller Tastatur, wenn ich das hier so sehe. Ich mache mal eine Notiz. Und kann jetzt hier im Prinzip umschalten, dass ich dann doch die Tastatur hochklappe. Spotlight suche. Ich könnte hier sehr schnell sozusagen mein E-Mail-Programm öffnen. Und das muss ich auch sagen, das gefällt mir sehr gut. Ganz viele Shortcuts funktionieren hier auch ohne Probleme drauf auf der Tastatur. Also ich kann sozusagen, obwohl ich keine Maus habe, sehr viel hier bedienen. Ich kann auch zwischen dem Programm wechseln. Ich habe hier eine Multitasking-Leiste und alles. Das ist echt was sehr Angenehmes, womit ich arbeiten kann. Als nächstes habe ich die Siri-Abfrage. Ich kann ganz schnell hier in die Kamera wechseln oder ein Bildschirmfoto machen. Screenshot nennt sich das Ganze. Und ich habe meine Multimedia-Bedienelemente hier, also Play, Musik abspielen und stoppen. Und ich kann lauter und leiser machen. Und ich kann das Ganze auch sperren, wenn ich jetzt aufstehe und weggehe vom Lehrertisch. Einfach sperren. Und schon ist das Ganze so gesichert, dass niemand rankommt. Alles in allem muss ich sagen, ist das wirklich für mich ein sehr schönes und perfektes Set. Denn es ist extrem intuitiv zu bedienen. Es ist hochwertig verarbeitet. Und ich finde das richtig schick mit diesen ganzen Magneten. Und ich kann alles einfach hier mitnehmen. Und ich bin ein Penzlarbeiter. Und da hat er auch Platz. Und ich finde auch von der Oberfläche, das sieht man jetzt nicht, das ist so ein rauer Stoff, den ich auch abwischen kann. Das alles, auch die ganze Hülle trägt nicht groß auf, aber bietet optimalen Schutz gerade vor Runterfallen oder in der Tasche. Und da muss ich sagen, komplette Kaufempfehlung von meiner Seite. Alles in allem würde ich euch das Ganze unten verlinken. Einmal zur Amazon, wenn ihr mich unterstützen wollt, kauft darüber ein. Zur Herstellerseite. Und natürlich dann auch, natürlich wäre es das von meiner Seite. Und ich wünsche euch einen schönen Tag. Und ich hoffe, das hat euch ein bisschen Einblick gegeben, was die Hülle alles kann. Und das wäre es für mein Video. Macht's gut. Tschüss.